In dieser Woche startete der grundhafte Ausbau der Straße zu den Wiesen. Der erste Bauabschnitt ist der Bereich von der Schweriner Straße bis einschließlich des Kreuzungsbereiches Besserstraße. Am Anfang ist noch eine Befahrung über den Kreuzungsbereich Besserstraße in Richtung Sonnenplatz möglich. Im Laufe des Baufortschrittes werden die Straße zu den Wiesen ab Sonnenplatz und die Besserstraße zu Sackgassen. Der Parkplatz zu den Wiesen wird während der Bauarbeiten nicht zur Verfügung stehen. Im Abschnitt zwischen Besserstraße und Sonnenplatz werden zusätzliche Bewohnerparkplätze eingerichtet. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist für das zweite Quartal 2021 geplant. Der zweite Bauabschnitt schließt sich dann unmittelbar an. Er beinhaltet den Bereich von der Besserstraße bis zum Sonnenplatz. Das gemeinsame Vorhaben des städtischen Abwasserbetriebes, der Stadtwerke und der Barlachstadt umfasst den kompletten Straßenausbau einschließlich der Erneuerung der beidseitigen Gehwege sowie der Straßenbeleuchtung und der Fähr- und Entsäuerungsmedien. Die Bauarbeiten in den Bauabschnitten werden unter Vollsperrung der Straße ausgeführt. Die Bauarbeiten in den Bauabschnitt